Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 7027 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Dieser gemütliche Pflanzenladen verkauft Töpfe mit Pflanzen auf Holztischen. Dieser gemütliche Pflanzenladen verkauft Töpfe mit Pflanzen auf Holztischen. Der Kunde ist mit unserer bisherigen Arbeit zufrieden und hat einen Teil davon bereits bezahlt. Der Kunde ist mit unserer bisherigen Arbeit zufrieden und hat einen Teil davon bereits bezahlt. Der Kunde ist mit unserer bisherigen Arbeit zufrieden und hat einen Teil davon bereits bezahlt. In unserem Garten steht ein Pavillon mit Beleuchtung, einem Tisch und zwei Stühlen. Elektriker sind für die Installation von elektrischen Leitungen und Geräten zuständig. Elektriker sind für die Installation von elektrischen Leitungen und Geräten zuständig. Elektriker sind für die Installation von elektrischen Leitungen und Geräten zuständig. Ein Abenteuer kann bedeuten, einen Wald zu erkunden und Tiere zu entdecken. Wir fahren mit dem Auto. Die Außentemperatur beträgt 14 Grad Celsius. Wir fahren mit dem Auto. Die Außentemperatur beträgt 14 Grad Celsius. Wir fahren mit dem Auto. Die Außentemperatur beträgt 14 Grad Celsius. Die Hochzeit findet draußen statt. Wir haben Glück mit dem Wetter. Die Hochzeit findet draußen statt. Wir haben Glück mit dem Wetter. Die Hochzeit findet draußen statt. Wir haben Glück mit dem Wetter. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Und du darfst dich gerne an, die Liebe sich ratsulhern, darfst du das hochknockieren. Dein Dialog. Vielen Dank.